Ich bin Bertolt Uphoff, bin seit über 30 Jahren hier im Hause, bin von Haus aus Bauingenieur. Mittlerweile bin ich hier Mitgesellschaft der Ritzbüros und freue mich nach wie vor hier den Laden voranzubringen. Ja, also meinem Freund würde ich PBH empfehlen, hier zu arbeiten, weil es wirklich schöne, abwechslungsreiche Arbeit gibt. Man hat immer was zu tun, es macht Spaß, es ist ein super Arbeitsklima und man kommt einfach mit allen Kollegen bestens klar. Mein Name ist Laura, wir sind hier gerade auf einer meiner Baustellen unterwegs, deswegen ein bisschen lauter. Ich arbeite super gerne bei PBH, weil ich mit allen Kollegen super klarkomme, Teamwork funktioniert gut und weil mein Job auch einfach super abwechslungsreich ist. Man hat Bürotage, man ist viel draußen, man ist viel unterwegs auf unterschiedlichsten Baustellen. Das ist einfach spannend. Ja, mir gefällt es hier sehr gut. Also ich habe sehr nette Kollegen, mit denen ich mich auch fachlich sehr gut austauschen kann. Also man wird hier fachlich wirklich gefordert und gefördert. Es ist ein sehr angenehmes Arbeitsumfeld. Man kann sich gegenseitig aufeinander verlassen, aber auch im Privaten, bei Weihnachtsfeiern oder bei Betriebsausflügen macht es immer viel Spaß. Und das ist für mich auch ein wichtiger Grund, weswegen ich gerne zur Arbeit komme.